Am 21. Mai 2016 findet die Immobilienbörse der Stadtsparkasse Remscheid statt. Für unsere geprüften Kaufinteressenten suchen wir Einfamilien, Mehrfamilien und Reihenhäuser, sowie Doppelhaushälften und Eigentumswohnungen. Kontaktieren Sie Bianca Nau vom Immobiliencenter der Stadtsparkasse Remscheid. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Zu Pfingsten wird zum 33. Mal das internationale Sparkassen-Pfingst-Turnier für Fußball hier am Hackenberg stattfinden. Joachim Weber von der SG Hackenberg bei mir und auch Frank Dinke, der Vorsitzende der Stadtsparkasse Remscheid. Herr Dinke, wenn ich mit Ihnen anfangen darf, wieso unterstützt die Stadtsparkasse dieses Turnier? Die SG Hackenberg leistet eine hervorragende Nachwuchs- und Jugendarbeit. Und dafür stehen wir als Sparkasse ja auch, dass wir so etwas gerne fördern. Und da lag es nahe, dieses Turnier zu unterstützen. Also ganz, ganz wichtig. Ohne die Sparkasse wäre es ja gar nicht möglich, Joachim. Aber andererseits dieses Jahr sehr, sehr international. Das ist schon richtig. Ohne die finanziellen Unterstützung der Stadtsparkasse wird das Turnier gerade dieses Jahr nicht zustande gekommen, weil wir eben sehr viele internationale Gäste haben, ausländische Mannschaften. Und ich freue mich, dass die Sparkasse uns dieses Jahr im besonderen Fall unterstützt. Obwohl ich sagen muss, die Stadtsparkasse Remscheid unterstützt uns schon seit 33 Jahren, also von Anfang an dabei ist. Aber dieses Jahr mit einem höheren Obolus. Ja, darüber freut man sich natürlich als SG Hackenberg. Und eine andere Änderung ist, dass der Name Sparkasse diesmal Teil des Turniers ist. Wieso diese Änderung? Also die Änderung hat damit zu tun, dass wir als Sparkasse in diesem Jahr ja unser 175-jähriges Jubiläum feiern. Deswegen haben wir uns auch besondere Highlights in der Stadt rausgesucht, wo wir nochmal eine separate Unterstützung zuteil werden lassen. Und wir haben gedacht, um das herauszustellen, macht es Sinn, das Turnier mit dem Namen der Sparkasse zu ergänzen. Also eine wichtige Ergänzung für euch natürlich. Und natürlich, wie schon gesagt, ohne die wäre es ja gar nicht möglich. Internationalität, wo kommen die Mannschaften alle her dieses Jahr? Also wir haben Mannschaften aus Indien, wir haben Mannschaften aus England, aus der Slowakei, aus Polen, aus der Türkei. Und ich sage immer, so ein bisschen aus Spaß. Unsere Gäste aus Bühne dürfen wir auch nicht vergessen. Genau, die Freunde aus Sachsen, aus der Partnerstaff. Und wichtig ist, am Freitag gibt es ja das legendäre Jux-Turnier. Und die Sparkasse selber nimmt an dem Turnier teil mit zwei Mannschaften. Ja, richtig. Wir haben also bei uns im Betrieb gefragt und es haben sich spontan alle Fußballinteressierten gemeldet. Und auch Nicht-Fußballinteressierten, die einfach das Turnier und dieses Event unterstützen wollen. Also zwei Mannschaften sind es mindestens. Die Trikotbestellungen sind ja schon abgeschlossen. Aber wir haben gesagt, wenn noch eine Dritte dazu kommt, freuen wir uns und kriegen das auch noch organisiert. Sie sind ja eher der Läufer. Gehen Sie selber dann auch auf den Fußballplatz? Ja, ich gehe auch auf den Fußballplatz. Ich habe gerade schon zu Herrn Kollerzei nur gesagt, dass ich noch Fußballschuhe brauche und gleich erst mal klären muss, auf welchem Platz wir spielen. Ich habe nämlich nur Joggingschuhe. Da haben Sie recht. Oh ja, der Experte kümmert sich schon um die Schuhe. Also Freitagabends richtig vorbereiten. Aber das ist ja auch schön, dass dieses Jux-Turnier auch dann von den Betreuern, von den Freunden der SG Hackenberg dann auch angenommen wird. Also, dass nicht nur den Kindern über Pfingsten was geboten wird, sondern auch den Erwachsenen. Das ist ja schon richtig. Das Turnier ist ja auch für unsere Mitglieder oder die Trainer mal gedacht als kleines Dankeschön. Und was uns natürlich auch freut, dass die Sparkasse auch dabei ist. Wie gesagt, es geht nicht um den ersten, zweiten, dritten Platz. Es geht mal eben um ein bisschen Spaß haben. Und ich glaube, bei 15 Minuten Spielzeit werden auch drei oder vier Pausen eingelegt, dass man den Staub mal ein bisschen auch runterkriegt. Also, Dankeschön den Herren für dieses Gespräch. Also am Pfingstwochenende hier am Hackenberg zum 33. Mal das internationale Sparkassen-Pfingst-Turnier. Und wir von RS1-TV werden natürlich dabei sein und davon berichten.